Klimpern's überall noch? So, eins von drei Kriegsvorräten. Also wenn wir machen, wir das gleiche Komplette, oder? Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Hinten ist ein... Okay, der ist außerhalb. Da ist ein Typ. Hm, was tun, Sprachzois. Kommen wir das hier sabotieren? Ne, hier ist nix zum sabotieren. Okay, da unten, der Typ steht da. Er ist mal so ein bisschen im Wege. Ah, die Festung hier ist echt riesig, ne? Ah, ich hoffe, das geht gut. Mitten in den Dings rein. Schlecht jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Okay, der sucht. Wir hauen mal ab hier. Shit. Jetzt haben sie uns. Ich wusste doch, dass es nicht ewig gut gehen wird. Na komm, hier siehst du mich nicht. Hinter dem Tuch. Hier siehst du mich nicht. Ich guck, ob du uns hörst. Bisschen dumm, oder? Ich drück dir das Attentat, Dings. Komm. Einer ist hin. Da muss ich doch wieder campen. So. Irgendwer brennt hier. Oh, oh. Kopf geht dir gerne näher. Nicht gut. Ah, ich seh' ihn. Nach Meldung. Was gefunden? Geh, kein. Such weiter. Mhm. Ich stehe den Schiff, die Pfeile wurden von dort geschaffen. Ich bin. Ich bin. Ich kann mir das. Bäm, geht das. Wir fackeln nicht lange. Unten ist der Typie. Level 19, eigentlich kein Problem. Echt? Wow. Nochmal ein. Komm, ab mit dir auf den Boden. So. Okay, den haben wir auch jetzt. Da oben ist noch einer. Volltreffer. So. Jetzt aber. Okay. Okay. Erstmal den Schatz. Level 20 Ausrüstung. Alles schön und gut. Da ist Zeugs drin. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlzahber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt vier. Lass mich in Ruhe. Du arbeitest bestimmt für Geld, wie alle anderen auch. Was immer dein Befehlzahber dir zahlt, ich zahle mehr. Lass uns gehen. Und diesen Menschen sterben lassen? Ich lasse mich umstimmen. Unter zwei Bedingungen. Raus damit. Ich nehme das Doppelte. Ein Leben ist viel wert. Und sag bloß Hippokrates nichts davon. Für Hippokrates ist das Heilen der Menschen wichtiger als die Bezahlung. Und du erwartest ein Vermögen? Wir sind nicht alle Hippokrates. Wenn du die Drachme nicht hast, dann tritt zurück und lass mich arbeiten. Ich warte hier, bis du fertig bist. Wenn ich gehe, könntest du auch einfach weglaufen. Du denkst wie ein Söldner. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Dann mach dich nützlich und besorge mir meine Knochenzange. Irgendein Idiot borgt sie sich ständig aus. Dann kommst du mit und behandelst Hippokrates Patienten? Ich gebe dir mein Wort. Ich hole dir deine Knochenzange. Tja, wo ist die Knochenzange? Nicht so weit weg, wie mir scheint. Ich soll dem Arzt seine Knochenzange bringen. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Okay, machen wir erstmal das jetzt hier. Brenn, Baby, brenn. Okay. Knochenzange ist da vorne. Das ist auch gar nicht so verkehrt, denn wir müssen ja eh hier noch ein bisschen was tun. Dann schauen wir mal. Was hier alles so noch rumschürt. Uhu. Aha. Schau, schau. Noch einer. Das ist ja irgendeinen interessanten... Oh, Vettelas Strategos. Der ist nicht schlecht. Vielleicht können wir den uns ja irgendwie so holen. Schläger. Ja. Scheiß Vieh. So, hier klippert es wieder. So, ein Aufwand, was wir hier betreiben müssen. Hm? Oh. Hm. 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 Nein, komm. Ah, verdammt. Komm. Sack. Ah, komm. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Das ist... Oh, der Gute. Oh, okay. Wow. Tut's mir leid. Haha, sehr gut. Der ist erledigt. Die Mauerungsschlacht ist auch verfügbar. Sehr geil. Okay, der ist auch ein E-Nicht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh, 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 oh. Jetzt wird's aber heftig hier. Du nicht. Oh, 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 oh. Jetzt ist schlecht. Okay, der ist erledigt. Alter, jetzt wird... Okay, jetzt wird's ein bisschen zu heftig. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen heftig. Schnell weg. Jetzt haben wir ja richtig Alarm. Was dumm ist, ich muss die Knochenzange und so weiter besorgen. Hier finde ich. Nein, da hinten ist jetzt richtig Alarm. Ich finde es ein Versprach-Unterstützung. Okay. Und sag goodbye. Es wird leider kein, kein, ähm, Spaziergang. Ich muss mal Pfeile herstellen, Sekunde. Äh, Quatsch. Ähm. Ähm, Täubungspfeile haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Sollten wir vielleicht auch mal probieren. Nur mal so eine Idee. Ah, komm, nur raus da, komm. Kriegst ein Pfeil in den Kopf. Ja, bevor du was machen kannst, hau ich dir eine rein. Oh, Alter, knüppel da rein. Nebte immer noch. Ja, jetzt fällt er. Yes. Dann looten wir den auch. Dieses Runterkicken ist extreeeem... extrem nützlich. Ja, komm. Ja, komm. Mann, nur Mann, ey. Ja, komm. Hund auch noch. Ne. Katze. Boah. Mann. Okay, der hat gesessen. Kein Problem. Mann, der hat gesessen. Ja, 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 der hat gesessen. Feuer, ne? Komm, Baby, brenn! Nein! Fuck! Fuck, 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 fuck. Jetzt müssen wir den ganzen Mist nämlich nochmal machen. Shit! Oh, ärgerlich! Ärgerlich, Freunde, es tut mir leid. Ah, ja. Okay, doch, ne, befehlshalber müssen wir nochmal mit dem Schatz plüten. Okay, das kriegen wir hin. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt reicht's ihm aber hin, ja. Stopp. Da hinten ist ein Nöwe, der frei rumrennt. Oh Mann. Okay, Löwe kommt. Löwe tot. Alter, drei Kopfgeldjäger. Alter Falter. Mal ganz kurz gucken. Okay, Eroberungsschlacht. Das hätten wir auch die Möglichkeit. Zinobia, die Scharfschütze. Oh. Jei, 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 jei. Könnte man alles machen. Hm. Da oben haben wir was zum Bezahlen. Alter, die war der Blitz. So böse. Hm, da unten. Direkte Halskaffer. Ah, jetzt geht er runter. Mal gucken, ob er herkommt. Runter, runter. Beikling. Das muss von dort gekommen sein. Ja, komm, zeig dich. Die Pfeile, Schilde hoch. Die Pfeile kam von dort drüben. Ja, komm. Komm, ab in den Nahkampf. Ja, komm. Stürb. Weiter, weiter. Willkommen. Na ja, komm, mach doch. Stimmt, ich lege dich um. So, hier unten drin ist der Schatz. Darum ist das ein Leuchtfeuer. Verdammt. Komm schon. Oh, da ist noch einer. Pfeile der Furcht. Okay. Ganz nebenbei. Komm, du kriegst gleich mal eine Combo-Attacke. Na. Ja, ein Kick. Okay, down. Das ist echt ein Gemetzel. Komm, zack. Leg dich hin. Mann. Okay. Da ist einer der Söldner wieder. Unter uns ist wohl irgendwo der Schatz. Da oben das Leuchtfeuer. Gucken wir da rankommen. Ah, hier ran. Zwei von vier. Okay. Okay. Komm. 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 Alter, knall die rein. Alter. Komm. Oh, die ist heftig. Oh. Mann. Oh. Dammit. Wer hätten sie fast gehabt? Wir machen noch zu wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Die sind echt heftig. Sorry, dass ihr das jetzt miterleben müsst, dass wir die ganze Zeit hier rumeiern. Oh, jetzt hat er das nicht gespeichert, ey. Ich werde wahnsinnig. So eine Kacke. Stimmt, das überlebst du nicht. Oh, der ist tot. Oh, das ärgert mich jetzt schon wieder, ne? Dass er es nicht gespeichert hat, ey. Das ist so ätzend. Ja, klar. Ich könnte jetzt natürlich auf Teufel komm raus äh, das machen. Natürlich. Natürlich. Komm. Ah, hier ist kein Eindringling. Das ist ein Eindringling. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017